Läuft die Kamera schon? Hey, okay, also Leute, jetzt ist es bald soweit. Noch liege ich hier allein, aber nicht mehr lange. Ich habe mir zwei Kracher für die erste Sendung eingeladen. Der Dennis und der Marcel hier aus der Wetterau. Hier, die mache so einen Podcast, der heißt... Ähm, Moment, Moment, Moment. After our Eierbacke. Hier, seit zwei Jahren, Freitag, sind wir voll erfolgreich. Ja, und die haben einiges zu erzählen. Also, bleibt dran.